Lujans Farrell in Augenschein zu nehmen, der, der uns mit der Top-Fohlen begeisterte im letzten Jahr, besonders hier auch im Ring, zu Spitzenpreisen nahe. Dieser Fürstenball DiCaprio, ein Davillon, Prämien-Hengst einer Körung in Pferden 2013, Prämien-Hengst auch in Herning, in Dänemark im Jahr zu drauf und seinen Fohlen habe ich schon besprochen, in seiner Selbstdarstellung schon das Besondere hier auf Star Spitzenparkettfechter, zaubernd, mit seinen Fohlen wirklich einschneiden, erfolgreich, so kann es weitergehen, ein Zukunfts-Hengst der absoluten Spitzennorm. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber das ist ein Augenstecher hier, schaut euch das an. Oder? 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 Untertitelung. BR 2018 Alain Drone und Lohorz-Farrell